So, herzlich willkommen bei der Sendung zu meinem neuen Video. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel erkennt, wobei, naja, gut, es gibt keinen Sinn, weil hier oben steht es ja. Ich spiele heute Bloodline Champions. Also ich habe gedacht, ich habe das Spiel jetzt am Freitag, vor, ich glaube, das ist jetzt vier Tage oder so her. Da habe ich das Spiel gekriegt und seitdem ein bisschen gespielt. Ich bin noch nicht sonderlich gut da drin, habe es auch noch nicht so oft gespielt, nur ein bisschen. Und ich dachte, das Spiel ist nicht so bekannt. Ich meine, es sind zur Zeit 298, 89 Spieler online. Und ich zeige euch das mal. Nur ein bisschen Vorinfo, Bloodline Champions ist auch ein MOBA-Spiel, also auch ein Spiel, das auf der Mod Aeron of Strife oder Dota, je nachdem welches man jetzt als Grundspiel sieht, basiert. Und ich finde es ganz nett, wobei, naja, ihr werdet ja sehen, was es ist. Also erstmal, es gibt irgendwie kaum Spiele, die offen sind. Eins. Um genau zu sein. Ja, okay, das ist irgendwie merkwürdige, wie dir das dann. Ah, jetzt ist alles los. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass ihr eine reinschaut. Die Spiele gehen eigentlich immer relativ schnell voll. Und ja, also erstmal wie nur das Übliche davor. Wenn ihr das Spiel auch habt und eine Runde mit mir spielen wollt, klar bin ich dabei. Warum aber nicht? Macht mir immer sehr viel Spaß. Ähm, ansonsten, ja, ein paar Sachen so zu erklären. Es wird hier praktisch, es gibt hier zwei Level-Systeme, wenn man es so sagen kann. Es gibt das tatsächliche Level, dass man, man kriegt halt Erfahrung pro Spiel und levelt ab. Und es gibt sogenannte Crates. Und die erhöhen sich, je nachdem, wie gut man spielt. Also ich bin nur Rang 3. Aber da gibt es dann hier auch welche Rang, äh, der jetzt zum Beispiel Rang 9. Oder Rang 5, Rang 5. Durchschnitt, was ich so sehe, ist normal für Rang 5, 6, 7. So um die drei rum gucken in den meisten. Und, ja, und dann wird danach gebalanced. Und dann geht es eigentlich los. Man kann das Spiel auch schon vorbestellen, wobei ich das bisher noch keinem empfehlen würde, dass das wirklich noch nicht wert ist, finde ich. Ähm, und das ist eins mit Respawn-Time. Ne, das gefällt mir nicht. Ich will, ich will keinen Respawn. Es gibt verschiedene Modi. Aber ich persönlich möchte einfach nur den Standard. Nein, da war ich gerade eben schon drin. Äh! Da war ich drin, dann gehen wir da rein. Ah, ist ja schön. So, das ist einfach nur ein ganz normales Spiel. Also, MOBA, wissen ja wahrscheinlich die meisten, was das heißt. Multiplayer Online Battle Arena. Habe ich jetzt einfach trotzdem gesagt, obwohl ihr es wisst, das ist mir egal. Auf jeden Fall. Genau das ist das Spiel. Es ist eine Multiplayer Online Battle Arena. Das heißt, man hat zwei Teams. 5 gegen 5, 3 gegen 3, 4 gegen 4, was auch immer, wie man es gerne hat. Und dann battelt man sich. Man kann sich am Anfang seinen Helden aussuchen. Die kann man zwar Doppelkate picken, aber das ist halt noch der Anfang vom Spiel. Oder halt, das Spiel befindet sich, glaube ich, noch in einem relativ frühen Beta. Hoffe ich mal. Es ist auf jeden Fall in der Beta. Und, ja. Ihr müsst nur entschuldigen. Ja, entschuldigen. Ich habe gerade eben gegessen. Jetzt habe ich irgendwie Schluck auf oder sowas. Ähm. Jedenfalls wird das hier in dem Spiel auch nichts. Das gibt es auch nicht. Im Normalfall geht das schneller mit den Serverfinden. Ah, sehr gut. Das ist genauso einswillig. So, jetzt geht es los. Und, ähm, zwar ist die Balance noch nicht so gut, meiner Meinung nach, aber, naja. Ich nehme mal den Healer, der mir persönlich am besten gefällt und sehr tolle Fähigkeiten hat, meiner Meinung nach. Und, ja. Also, wir haben hier gerade ein relativ lustiges Team, wie man sieht. Man kann die Helden mehrmals nehmen. Also, wir haben jetzt zum Beispiel zweimal meinen Healer. Ähm. Ihr werdet euch gleich wundern darüber, wenn ihr sowas noch nie, oder wenn ihr das Spiel noch nie gesehen habt, wie das Ganze abläuft. Also, man steuert das mit Wurst. Also, man läuft über die Tastatur. Man klickt nicht wie in anderen Spielen. Allerdings ist die Sicht immer noch von oben. Ihr werdet es ja gleich sehen, wenn das Spiel mal startet. Und, und, und. Ja. Waiting for our players. Haben nicht irgendwie alle geladen oder so? Ah, jetzt geht's los. Also, man sieht schon, hier ist es schon oben. Ich mach mal die Kamera anders. Äh, naja. Wobei, die Kamera ist jetzt hier so gerade. Und, ja. Man schießt dann hier so durch die Gegend. Mit seinen Fähigkeiten. Ich heile einfach mal meine Verbündeten. Und jetzt bin ich gestunnt. Ah! Hilfe! So, ich mach mich einfach unverwundbar. Lauf durch die Gegend. Debuffe, buffe. Also, das ist praktisch mein Held. Der debufft und bufft. Wie gesagt, ich bin ein Healer. Warum spiel ich ihn? Weil er mir einfach Spaß macht. Ähm, von allen Helden, die ich bisher gespielt habe, fand ich wirklich wahr. Hatte der hier die beste Kombination aus Nutzen und Spaß. Deswegen spiel ich halt lieber, spiel ich ziemlich gerne mit dem hier. Und, ja. Boom. Nein, ich bin gestunt. Hilfe! Aber man sieht ja schon, das ist ziemlich hektisch. So im 5 gegen 5 passiert ehrlich viel. Ähm, das ist übrigens der kleine Ninja hier. Ich hasse ihn. Der ist so overpowered, das Mistvieh. Ähm, naja, wobei. Das sollte ich vielleicht nicht sagen, weil ich kann mich unverwundbar machen. Aber ich finde ihn trotzdem schlimm. Ja! Ich habe meinen Ultimate. Ultimates kriegt man dadurch, dass man Fähigkeiten benutzt. Und jetzt, ja gut. Der, der versucht mich jetzt gerade zu töten. Aber es ist für ihn halt unmöglich, weil ich kann mich so krass heilen. Ah! Mach dich unverwundbar! Huh, 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 huh. Ja! Ich habe einen getötet. So, jetzt wo ist der letzte? Da. Ach, ich hasse den scheiß Ninja. Schaut euch das Mistvieh an! Der macht, kann, der kann mich nicht... Das ist doch lächerlich. Der, das ist so ein overpoweredes Mistvieh, dieser Held. Der kann sich unsichtbar machen, wenn er aus dem Unsichtbaren rauskommt. Stunt der, er kann durch die ganze Gegend springen. Und, ja, also es ist nur noch lächerlich. Ihr habt ja gerade gesehen, was der mit mir gemacht hat. Dann hat er noch 20 Millionen Dots und whatever. Aber ich war Zweitbester vom Battle-Wert hier. Das ist schon mal gut. Combat Value, das wird halt durch diese Werte hier ausgerechnet. Bin mir nicht ganz sicher, wie es geht, aber keine Ahnung. Ich bin am Zweitbesten, das ist immer gut. Ja. Also, dann machen wir mal weiter. Das Spiel ist ja offensichtlich ja relativ hektisch und so. Aber mir gefällt. Ich finde, es ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Und es ist halt mal was Nettes für zwischendurch. Ich mache mal die Kamera anders, so wie ich es eher gewohnt bin. So spiele ich im Normalfall immer. Das ist zwar... Es schaut zwar scheiße aus, aber es ist wirklich viel besser zum Spielen. So, jetzt mache ich mir einfach mal unverwundbar. Muhaha. Und ich unterstütze einfach weiter meinen Verbündeten hier. Nein, er ist tot! Ah, ich bin auch tot! Das gibt's doch nicht! Was machen denn alle beiden Hors? Glaubt ihr, ich heile die umsonst? Ja, friss denn, Ultimate! Muhaha. Ähm, Ultimates funktionieren im Spiel so. Wenn man oft genug trifft, dann erfüllt sich hier die Leiste da unten, die gelbe Leiste. Die, ich kann ja nicht drauf zeigen mit der Maus, weil ich das mit der Maus-Button aus hab. Ah, genau, wenn ich schon dabei bin. Ähm, gefällt es euch besser, wenn man die Maus nicht sieht oder wenn man die Maus sieht? Ich persönlich finde es angenehmer zu sehen oder so Videos anzuschauen, wenn man die Maus nicht sieht. Aber ist ja Geschmackssache. Also, wenn die Mehrheit sagt, dass ihr lieber die Maus sehen wollt, dann schreibt mir in den Kommentar und dann sieht man es im nächsten Video. Oder ist nach Spielwache, in Starcraft hätte ich die Maus, wenn ich es kommentiert zeige oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls füllt sich die Energie Leiste, je nachdem wie oft man mit seinen Fähigkeiten trifft und wie nützlich man ist praktisch ist. Und ja, ich treffe allgemein nicht so oft, deswegen... Keine Ahnung. Ich benutze, ich spiele meinen Helden eigentlich immer so, Hauptsache am Leben bleiben. Ähm, aber ich mache jetzt einfach mal meinen Verbündeten hier unverwundbar. Äh, das ist nämlich immer ganz praktisch, unverwundbar zu sein. Waaah, Stür... äh, daneben. Nein, 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 Ninja, Ninja, Ninja. Ich hasse den Ninja. Haha, unverwundbar, du Schwuchtle. Äh, nein, 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 Ninja. Ah, Ninja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Ninja nicht mag? Der ist übrigens overpowered und so ein bisschen. Ah, cooldowns. Ja, frisst das, du Ninja. Uah, das geht doch nicht. Was macht mein anderer? Ja, der steht natürlich hinten und schießt drauf wie ein Beklopter. Äh. Was es auch noch gibt, ist, es gibt so Tasten, damit kann man sich selber heilen und seine Verbündeten wiederbeleben. Die kann jeder heilen, also F1 und F2. Aber das ist halt sowas, das kann man wirklich nur dann machen, wenn man in Ruhe gelassen wird, was offensichtlich nicht so oft passiert. Ah. Aber naja, jetzt hoffen wir mal, dass wir auch mal gewinnen. Das geht ja gar nicht hier. Es liegt nur wieder an meinem Team. Ich meine, ich treffe ja mit allem. Hilfe! Natürlich, stuck ich. Naja, ich habe ja hier das hier. Yeah, man. Jetzt mache ich, ziehe dich einfach weiter wie ein Beklopter und greife ihn an und debuffe und hiele mehr und hiele mehr und mach mich unverwundbar und yeah, so muss das ausschauen. Da stirb du, Ninja. Das ist gar nicht der Ninja, aber es ist... Nein, das ist der Ninja! Ich hasse den Ninja. Kann der Ninja nicht einfach sterben? Yeah, mein Ultimate. Mein Ultimate sorgt dafür, dass manche meiner Fähigkeiten doppelt gecastet werden, wenn ich sie benutze. Das ist ziemlich cool. Schaut. Boah. Ich mache so viel Schaden, wenn ich mit meinem Ultimate... Ah, ich liebe meinen... Ich finde meinen Helden übrigens super. Ich finde ihn... Ehrlich, ehrlich, Cooper. Cool. Und dann hat er noch hier den da. Kann ich mich tauschen? Das war jetzt vielleicht nicht so produktiv, aber who cares? Ich heile einfach meine... Ach, der kann nicht mehr gehint werden. Wo ist denn der Letzte? Von uns sind alle am Leben, von denen nur noch der scheiß Ninja. Wo ist der Ninja? Da hinten. Ihr seht gleich, warum das Viech so imbar ist. Der ist alleine gegen 5 und wir können ihn nicht töten. Wo ist er? Da. Schaut alleine gegen 5 und der macht uns Probleme. Stirb. Es ist so lächerlich. Na. Da hinten. Ich habe schon gedacht, der tötet den jetzt. Das ist so lächerlich, was der Held kann. So, ähm. Ich glaube, die haben den Lieber oder sowas. Ja, die haben den Lieber. Das kann sein, dass wir deswegen gewonnen haben. Das ist natürlich nicht so cool. Oh, naja. Jetzt wird hier einfach mal gefrogged. 5 gegen 4. Ah! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Einfach unverwundbar machen. Einfach unverwundbar machen. Einfach unverwundbar machen. Hilfe! 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 So, ich versuche jetzt den Kill zu stehlen. Ah, nein, nein, nein. Oh, ich habe es gerade noch so durchgekriegt. Mein Unverwundbar machen Hite mich übrigens auch, deswegen ist das so gut. Yeah, Kill. Wir sind einfach mal weitergerockt. Schon wieder Zweiter. Hat er von ihm... Der Zellotto ist auch gut. Ah ja, das ist das Problem, was einer von ihm gelieft hat. Das ist halt irgendwie kacke. Aber, so schlämen. Also, ich weiß ja nicht, ich finde das Spiel ganz lustig. Ich habe vielleicht auch vor, noch ein Kurzreview zu machen, wo ich alle Features erkläre. Oh, jetzt wollen wir erst mal Gameplay. Yeah, da habe ich ihn getroffen. Mein Ding hier bauinst übrigens so cool durch die Gegend. Und jetzt tankt er alles, deswegen sollte ich lieber nicht in der Nähe bleiben. Attacke. Ah, was macht der? Stürb nicht, stürb nicht, stürb nicht. Wo bist du? Ah, stunt mich doch nicht, während ich ihn heale. Nein, ich will ihm doch nur helfen, ihr bösen Menschen. Oh yeah. Da, nehmt das. Genau, dann kriegt man nämlich einen Buff auf seine... Auf seine Energieleiste und kann die früher benutzen. Haha, unverwundbar. Boomstick time. Ah, komm her, du. Äh, what the fuck? Was, was ist denn da? Okay, wir haben verloren. What the fuck? Was war das denn? Warum konnte der mich so schnell töten? Ja, leck mich halt. Das geht ja mal gar nicht. Naja, jetzt hat auch einer bei uns geliebt. Naja, ich bin da bei 15. Auch gut. Also, ich weiß nicht, hat's euch gefallen? Wenn ja, dann sagt Bescheid, dann mach ich nochmal ein paar von denen hier. Vielleicht auch mit mehr Leuten, das wär auch mal cool. Aber, bis dann. Bis zum nächsten Video.